Hallo und herzlich willkommen meine Genossen, mein Name ist Dennis und heute habe ich für euch Fuck You Part 3. Fangen wir direkt mal mit der ersten Frage an. Infernox fragt mich, magst du mich? Nein. Nexus fragt mich, was für Spiele spielst du noch außer COD Zombie? Ich muss sagen, in letzter Zeit zocken wir sehr viel GTA 5, weil es einfach nur Spaß macht, Scheiße zu bauen und sonst was. Und wenn wir mal kein GTA 5 zocken, zocken wir mal MV3 Multiplayer oder Black Ops 2, was auch in letzter Zeit sehr viel Spaß macht. Vor allem, wenn man nachts unterwegs ist, dann sind diese ganzen Schwitzer, wie man sie auch mal nennt, nicht da und es macht dann sehr viel Spaß zu zocken, weil da reißt man jedes Spiel einen Schwarm oder sowas. Also, ja. Süleman Saigir fragt mich, wirst du irgendwann andere Spiele außer COD auf diesem Channel zocken? Also ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich würde es gerne, aber ich denke mir, dabei würden so viele mich irgendwie haten, weil sie mich eben wegen Zombie abonniert haben. Deswegen denke ich, ich würde lieber einen neuen Kanal dafür aufmachen, anstatt auf meinem Kanal andere Spiele zu spammen. Deswegen glaube ich, dass auf diesem Kanal hier letztendlich nur Zombie kommen wird. Zum Schluss noch eine kleine Relief-Frage. Tamoe fragt mich, welches Schulfach hast du am meisten? Ich muss sagen, mit Mathe komme ich am wenigsten klar. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber mir fällt allein schon das Kopfrechnen sehr schwer. Und ja, deswegen hatte ich Mathe am meisten und kann es auch nicht, ich weiß auch nicht, warum. Aber mir fällt das irgendwie ganz, ganz schwer. Deswegen immer, wenn ich in eine Arbeit schreibe, muss ich mich da richtig reinhängen und gucken, dass ich da irgendwie nicht durchfalle. Ja, das war es von Fuck You Part 3. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder und ciao.